So Freunde, das war die alte Zylinderkopfdichtung. Was ist alt? Alt war die nicht. Baustelle fertig. Ventile eingestellt. Ein Züldeckel. Wollen wir vielleicht nochmal den Lappen im Loch bringen. Noch ein Zaubersein. Zack, zack. Alles dran, alles fest. Das ist heute für das Gewackel. Und jetzt? Finger. Man sollte mit linker Hand starten. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und auf die Max!